Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Puzzle. Ja, heute mal wieder mit AndersQuest. Hier sehen wir mal wieder die wunderbaren Bremer Stadtmusikanten. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir hier weiterkommen, weil in der Gasse haben wir nichts wirkliches. Ich glaube, wir sollten mal zum Waldfahrt gehen. Also, oder warte mal, vielleicht hat sie ja Zeit. Gucken wir jetzt nochmal genau hier oben. Ist hier irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Irgendwas Sinnvolles, so, das Dorf ist da, da ist das, da ist das. Ein Heuhaufen. Ich wollte es doch gerade sagen, da kommt doch sicher jetzt gleich so, eine schöne Nadel. Als ich den schon gesehen habe, habe ich mir gedacht, die holt da gleich eine Nadel raus. Die holt da gleich eine Nadel raus. Ähm, so. Vielleicht könnten wir einen hier, äh... Hallo, Ben. Wie geht's hier? Ich bin... Das ist gut, dass du... Okay. Bens Erinnerung. Was? Ich war interessiert. Hast du noch mehr Details, was passiert, bevor Winfrieda's Tower zurückgekommen hat? Nein, nicht genau. Es ist nur das Familienportritte von Winfrieda's Tower. Ich fühle mich, wie ich weiß, dass ich die Mädchen. Sie ist so kennengelernt, aber ich kann mich einfach nicht erinnern. Hm. Well, wenn ich etwas darüber herausfinde, werde ich dir wissen, okay? Ja, das ist eine gute Idee. Danke. Ich habe einen Magister gefunden. Well, Sorceress. Ich habe ihn gefunden. Und sie kann die Begründung machen. Aber es ist... kompliziert. Wahrscheinlich ist es nicht eine Krankheit. Es ist eine Kursch. Eine Kursch? Oh, mein Gott. Wer würde das tun, dass du so? Winfrieda? Nein. Vielleicht. Ich weiß nicht. Aber ich brauche ein bisschen Zeit, um alle Dinge zu finden, um es zu verbrechen. Natürlich. Natürlich. Geh so lange, wie du es brauchst. Okay. Ja, das ist mir... Ja. Nee. Okay. Okay. Tschüssi. So, dann gehen wir jetzt mal in den Dings da. Ihr wisst schon in den Wald fahrt, weil da sollen ja irgendwo noch die... Nee, am Fluss war das, nämlich im Wald. Die Banditen sollen da irgendwo noch hausen. So, ist hier noch irgendwas Interessantes. Gebüsch. Ist hier noch der... Weinhardt. Oh, er ist noch da. Oh. Evening once again, dear girl. Und zu was do I owe this pleasure? About Ben's disguise. Seems a little odd to me. There are many situations for which there are many solutions. It is only a matter of being prepared, is it not? I suppose so. So, what kind of situations could a fox possibly have? Oh, ho, ho, ho. My dear, you have no idea. Julie, it is a wonder how I manage. I've learned to adapt, you see. Adapting is key, my dear. You do well, if you know it. Äh, yep. Very well, my dear. Alles klar. Strange thing to say. I wonder what makes him so sure of that. Äh, what? There's nothing back this way but a long walk home. And I'm not done here yet. Yeah, yo, ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier irgendwas ist. Aber hier ist, wie es aussieht nicht. Also müssen wir irgendwas im Dorf finden. Okay. Dann gucken wir mal. Hier sind, äh, ist die Schmiede. Ah, das heißt dafür, wir müssen ihr eine Schmiedearbeit, so gesehen, geben. Und, äh, sie macht das dann für uns. Gut zu wissen. Das heißt, wir können erst wahrscheinlich mit ihr reden, wenn wir irgendeine Schmiedearbeit für sie haben. So, jetzt gucken wir uns mal hier nochmal genauer rum. Aue. Hier hat gerade irgendwas gebissen. Oder gestochen. Mücke wahrscheinlich. Äh, äh. Sie will, ich werde sterben. Äh, äh. So. Äh, schön viel Zauberladen. Aha. So. Können wir jetzt die Straßennaterne vielleicht runterbiegen? Oh, ja. Okay. Dann halt nicht. Äh, das heißt, hier können wir nichts machen gerade. So. Haben die vielleicht eine Map für mich? Also eine Karte? Ähm. Grüezi. Where was the cabin you could have? If truth be told, we had reserved a desirable lakeside residence. Alas, just level. Where was the... Alas, just level. So. Am See. Okay. Also brauchen wir erstmal eine... Also das Wichtigste ist jetzt erstmal eine Karte durch den Wald zu finden. Wir haben noch nicht mit G gesprochen, da drin. Das fällt mir gerade auf. Oh, nein, das ist ein neuer. Hallo wieder, Sir. Guten Abend wieder, kleine Frau. Hast du den Wieser-Friend von dir gefunden? Ich habe es. Er... Er... Also, sie... war in der Alli, also danke dir. Ich. Also, jetzt, du siehst... Jetzt muss ich einen Berg hinter dem Mille irgendwo finden. Der Mille ist direkt hinter diesem Tavern. Und dann, über das sind sie, ihre Wälde. Great. Okay, dann. Thanks, once again. Mmh. Ich hatte. Um, sorry? Er sagt, du wirst, Frau, nicht so hasty. Really? All of that? Do you really hear what he's saying? Because to me... Aye, those there was. Protected by old magic, they are. Folks going out there, they need themselves a good guide, see? The blacksmith. He's one, but he's been away a while now. And then there's this fellow Gil, wetting his lips here. Oh, I see. Then, hello there, sir. Hmm. Working hours are up for Gil today, though. And now he's started at the bar. Well, so long as there's beer for him, he ain't going nowheres. But this is a tavern, you must have a lifetime of beer. Aye. Well, so gemein. Hmm. Jetzt zeigt er uns das. Jetzt müssen wir das kaputt machen. Wir schneiden das da oben durch. Denn das geht so. No, that... Äh, zack. Hey, hey, hey. Aha, I'm getting good at this. All that practice is really paying off now. Hey, Gil, kommt jetzt mit. Please, please, please take me to the lake. I'll be your best friend. Hmm. Yeah, well... You're not invited to my birthday party, then. Äh, so. Grandpa told me that beer is really bad for you. He told me it damages your brain. It makes you angry, irate and disgruntled. Hmm. Yep. Äh, ach, egal. Äh, never mind. Wer ist das, Gottfried? Hi. Äh, excuse me, sir. Huh? Are... Are you okay? Uh... No. It's too late. Too late. Too late. To apologize. If you had any sense about your girl, you'd leave this cursed village. Oh, I see what you did there. Oh, I see what you did there. Trying to play the old pipe switch joke, eh? Oh, who, me? Oh, who, me? Oh, no. All right, all right. You had your fun. Out with you, so I can fix your mess now. Okay, so he's not falling for just switching the pipes for water. I think I'm on to something by switching the pipes, though. I should think this through more carefully. Äh, woppa-de-poo. Kenne ich doch schon. Hmm. Hmm, that's an interesting idea. I could move the pipe so something else has to supply the fountain. Only, there's nothing here to switch this pipe to. Hmm. der Schenker soll also irgendwas sein, was mir da hilft, das zu machen. Was könnte ich denn da? Rippelrohre sind da. Das ist das. Äh. Äh. Ja, das kenne ich schon. Äh, dann müssen wir mal gucken. Schlafender Mann. Dann halt nicht. Wenn er nicht reden will, dann will er halt nicht reden. Arschloch, ey. Typisches Arschloch. Ah, damn you, Quake! Jo. Ich will die ganze Tab drücken, um den Status zu sehen oder so. Die Gobletions Play Over 9000. Äh, ich hab eine Idee, womit wir das. Überla. Maybe I should try something. Äh. Needles are... Da, da, da. Oh, nice idea. But the clothesline is too thick to be used as thread. That won't work. Mmh, I think. Hm. Alles klar. Spiel fortsetzen hier. So. Äh. Jetzt müssen wir mal gucken. Durch was ersetzen wir das Rohr? Wir brauchen ja irgendwas von... Schon glaube ich, wir können da in der Küste irgendwas gucken. Aber da ist nichts. Mmh, das Schild... Taverne... Kirche... In der Kirche war auch nichts, glaube ich, sobald ich das weiß. Hey, ich brauche Horror. Schmiede. Nope. Dann halt nicht. Äh, so. Gucken wir mal. Brauchen ein Drachen. He doesn't seem to kill. So. Einen Moment. Wollen wir kurz mal muten? So. Kurz mal genießt. Alter, ich hab das richtig genossen. Oh mein Gott, war der schlecht. Du bist ja auch, äh, richtig gruselig. Meiner Meinung nach. Hä? Wollte ich schon zugeben. In die Gasse, zur... In die Kirche, zur Müde, in den Laden, in die Taverne. Alles klar. Ich muss irgendwas in der Schenke machen. Also. Womit könnte ich das Rohr austauschen? Äh, mit einer Axt. Los. Warum denn nicht? Irgendwas dabei, womit ich das aussuchen könnte? Nein, hab ich noch nicht. Damn you, Quake! So. Äh, so. Kohle haben wir schon gefordert. Äh, wollen wir mal gucken. Ja, warum denn? Gottfried, du brauchst mal ein bisschen Aufmunterung, mein Freund. Du brauchst mal mal ein bisschen Aufmunterung. Äh, hier, wir schenken den Diamanten. Schenken dir an die jemanden. Warum? Guck mal, wenn wir den Diamanten schenken, dann würde er uns doch sicher durch den Scheiß weit führen. Aber nein. Äh, ich hab meine Geschichte schon beendet. Äh. Arschloch, ey. Ekeliges. Ekeliges. Arschloch. Ekelig. Ekelig. Ah, es soll ja zu teuer sein. Hi! Ekeliges. 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 Nope. Okay, dann spielen wir weiter. So. Hab gedacht, es gibt da irgendwie ne... so... keine Ahnung... Chiefments innerhalb des Spiels. Also nicht jetzt für Steam. So. Kann der Kirchen... Kann der Pfarrer die vielleicht reparieren? Hallo lieber Herr Pfarrer. Ich würd' Sie gerne mal bitten... Ah, runter scrollen, ist das aufmachen. Wollen wir die mal E drücken. Schade. Das ist jetzt schade. Die Musikanten können uns da auch nicht sicher anfangen. Der Antiquitätenladen hat mich abgezogen. Die Schmiede macht keine Aufträge gerade. Dann... Das Heu bringt mir da auch nichts. Die Müde ist auch dann... ist auch gerade leer. Also... Wir können aber mit der Müde gucken, ob es da irgendwas verändert hat. Wir scheinen ja irgendwie so einen Knackpunkt erreicht zu haben, weil... wir ja gerade sogar einen neuen Typen da hatten in der Taverne. Alles klar. Äh... Das heißt, wir brauchen wirklich einfach mal diesen... Führer. Mein Führer, mein Führer! Steckt das in Brand! Interessiert in diesem kleinen Mann? Nein? Nein? Nein. Nicht interessiert. So. Das wäre witzig gewesen. Alter. Das wäre halt richtig assig gewesen. Ne Nummer 10. Äh... Luke? Dann halt nicht. Äh... Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Also... Tschüss. So. Hier muss doch irgendwo was sein. Jetzt mal genauer umgucken wir in den Bildschirm. Ob es hier irgendwas gibt, womit ich das ja machen kann. Also... Das Rohr austauschen. Eds abfahren! Ah... Hm... Vielleicht kann ich einfach nur die Beine dragen. Das wird Gil verändern. Hm... Huh? Ich konnte sie nicht verändern. Ähm... Entschuldigung, Herr. Ich war einfach... Du weißt... Ich fühlte mich ein bisschen über deine Tappen da. Schade. Das ist kacke. Äh... Können wir irgendwas machen in der Zeit, wo er ihm nachfühlt? Hey... Geh mit mir! Abwart. Hm... Okay, dann nicht. Ich brauche wahrscheinlich den Zapf an, aber wie komme ich da ran? So... Er muss ja so gesehen zapfen. Das heißt, irgendwie müssen wir ja Geh dazu kriegen, dass er... Dass er sein Ding da trinkt. Ja, ist okay. Äh... Ich wollte das hier eigentlich benutzen. Ja, das ist klar. Das ist gar nicht. Die Büsel will auch nicht machen. Oh... Er sieht so disruptiv, für plane każs oder Dayize. Ja, das stimmt wirklich. Ja, so... Ein feuriger Drache! Because... Das ist ein大哥, das ist eine Laterne, das ist ein partneredes Netz. Das ist eine äcksten, das ist ein blödlädlUN. Blödlblödblödödlbl... Alles klar, wir müssen irgendwie auch noch die Schnur hier dünner kriegen, damit wir das als hier zum Nähen benutzen können, damit wir das Marken fixen können. So. Wir haben da Feuer, blablabla, 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 blablabla. Der hier will ja gar nichts mit uns zu tun haben, der hasst uns so gesehen. Erlösen Sie mich! So. So. Hä? Hä? Die erste Quest ist jetzt für uns hier in Eichenweide, wie kommen wir zum See? Weil da können wir für die was machen, können wir für uns selber was machen und ja. Wie kommen wir zum See? Nochmal hier gucken. Ist hier nochmal irgendwas besonderes? Nö, 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 nö. Das hier wäre was, eigentlich was ich abnehmen könnte. Übel logical, weil wir dann das zur Horror setzen können damit. Oh nein, aber nein. Ich bin nicht sicher, ob meine Telekinesis willkommen ist. Warum denn nicht? Herr Bremmer. So, das auch nicht, das auch nicht. Ja, ist auch richtig so. So. Ähm. Damn you, Quake! So. Ähm. Was haben wir hier denn noch? Da ist eine Banane drin, da ist... Was sollen die Müllfässer hier? Wir bringen die uns. Irgendeinen Grund muss ja haben, dass wir die anklicken können. Also... Hm. Warte mal. Wenn ich jetzt die Pipes switche und dann an den Ding da... Ähm. Warte mal. Also wenn ich jetzt die Pipes switche, dann müsste doch das Bier jetzt eigentlich in den Brunnen laufen, oder nicht? Aha. Ich bin gut an das. All das Praktische. Okay. Mal testen. Mal gucken. Kommt da jetzt Bier raus? Ich bin sorry, Mr. Bartender. Aber desperate Zeiten kenne ich für desperate Maßnahmen. Oh Gott sagen. Und so geht's los. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Ähm. 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 Ich weiß nicht, wie ich das zu dir brechen, Gil. Also ich werde es sagen. Ich weiß nicht mehr Bier. Es gibt noch mehr Bier. Ähm. 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 Kommt wirklich mit. Cool. Dann haben wir es jetzt geschafft. Leuuuut, das ist Gronkh. Ähm. 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 All right. Lassen carefully. Und wie ich sagen es mal. Ähm. 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 Alles klar. Ähm. Alles klar. Ähm. Ähm. Das ist ein kleiner Gronkh. Der Schmied! Wasserriegeranken. Kann man damit was machen? Kann man damit was machen? Die können wir nehmen. Eins. Das machen wir mal hier. Warte. Zack. Hehehehe. Hehehehe. Oh. Hello there. You shouldn't be out here, you know. This is a dangerous place. So everyone keeps telling me. Are... Are you okay? Why are you out here all alone and sad, mister? I'm hunting the beast that's terrorizing the village. Can't you tell? No. This seems like a pretty nice place with nice things. Are you sure it's around here? Of course I'm sure. I'm a master huntsman. Don't you know? I know these woods like the back of my head. I just... I'm... Tracking his... Trail. Oh. Okay. If you say so, mister. Kannst du mir mehr über dieses und hier erzählen? Can you tell me more about this beast? I don't know if I can, but... Maybe I can help somehow? Oh. That's very sweet of you, kid. But no. This is much too dangerous for you. But... But maybe if you just tell me... No means no, kid. You're just like her, you know. You're just like my own girl. You kids are stubborn locked. Dann mach mal weiter, was immer das ist, was du da machst. Well. Best let you get back to... Whatever it is you're doing. Oh. Yes. Focusing my... Traditional tracking technique. Rumsitzen und Trübzeit blasen. Alles klar. Zum See! Endlich können wir zum See! Oh leil. How peculiar that the girl would have this place revisited. It has taken some years, but things are now becoming quite entertaining. Nochmal? Oh. Hello there, young one. Uh. Hello, mister. Say. You don't suppose you could help an old man? Could you? Oh, well. Sure. What can I help you with? Oh. You really are quite unlike... Huh? Never mind. That will do. I must be off. For now. Wow. I sense the dragon's guard won't be down much longer, you see. Till next time, Anna. Hmm. Hmm. What? What? What was that all about? And... How did he know my name? Uh... H... Hello? Weissefrauen? Is... Is that you? So young. So young. Oh, hi. I don't mean to bother you. I just... I'm looking for... Uh... Something. Closer. Come closer. So young. So hungry. Closer. Uh... Uh... No, I'm okay where I am, thanks. Oh, dear. Uh... Hi. Hi. There. Welcome, youngling. Welcome. Come. Closer. Be not afraid, youngling. We will help you. Yes. Help. Come closer. Closer. Y... Yes. You will help me. Yes. Help. With the... Amber... Or... Yes. Come with us. Come. Under the water. Join us. It will all be yours, youngling. Young... Young... So much. So much life. No. No. Stop. Please stop. What? Who... Who's there? Hans. Hans. Curse you, Hans. Are you all right? I'm sorry. I don't mean to scare you or anything. No. No, no. Don't be sorry. Hans. You... You saved me. Thank you. Oh. I'm no hero, really. These cursed creatures. I fell prey to them, but they won't take any more life as long as I'm here. Uh... But you... You're not... Scared of me. Oh, no, no. You could say I'm a little used to ghosts now. You guys are harmless. Yes. Exactly. Oh, it's so nice to finally meet someone who doesn't run into the woods screaming. Um... Anna. Nice to meet you. Thank you, Anna. Thank you for not running away. Ein paar Geister, die ich getroffen habe, waren sowas wie gefangen. Der hier wahrscheinlich auch. Some ghosts I met before. They were... Kind of trapped. Is that the same for you two? I can't seem to leave the lake. But I don't mind. There's something I don't want to leave here. You mean the amber orb? Not exactly. No. It's... A friend, I think. Someone who meant a lot to me. All I know is that I meant to help them. And I can't leave until I finished what I started. That's so sweet, Hans. If you can remember them, who knows? Maybe I can help? Okay. Ähm... Dürfte ich fragen wie du... Do you mind me asking how you... Uh... It's alright, Anna. You can say it. How I became a ghost. It was so long ago. As days upon days upon days go by, I realize that I start to forget. Oh. Is there much you do still remember? Yes. I remember the amber orb. I came here looking for it. I knew it would be dangerous. I knew. But I desperately needed to find it anyway. The amber orb. The amber orb. That's what I've come for, too. The Vise of Frauen treasure it. They need it. They'll never part with it. Okay. But if I don't get the orb though, Hans... If I don't get the orb though, Hans... If I don't get the orb though, Hans... My grandpa... He'll... He'll... I don't know why, but someone cursed him. And I have to get the orb to make a cure. You're very brave, Anna. And so kind to come to a place like this. I... Wait. I remember now. I came here for someone, too. I don't know who anymore. But I know that yearning. I... I feel it. The need to help someone. No matter how high the cost. Is there really nothing I can do? This might be a long shot. But the Vise of Frauen... There's something that... Changes them. Yes. Anything. Whatever it is, I'll try. They sing. A lot. They're different around music. And once not so long ago... A band of musicians traveled through. I remember... The Vise of Frauen... They were stunned. They don't need a music box. They don't need a music box. Well, I can sing. I can sing for them? No, not music of that sort. Others have whistled, hummed and sung in these parts. And it's not been the same. It was something specific. Geige. Something... Something wooden. With strings. I see it, but I don't recall its name anymore. I'm sorry, Anna. Hans, you've been so helpful. You have nothing to be sorry for. Was brauche ich nochmal für die weißen Frauen? Es gibt ja so Einzelheiten aus deinem Leben, an die du dich noch erinnerst. Are there details about your past you do still remember then? Well, yes. Quite a lot, I think. I know I've lived here, in these woods. It was a different place then, so long ago. There were other kids too. We were all... We had no homes to go to. We were... Alone. But there was a... A school. A boarding school. That took us all in. If Funderhorn used to be a magic village, then... Was it a magic school? Wait, I... I think you're right. Yes. Yes, that's exactly what it was. Gah! The Vogt School of Magic. Hans! I don't remember now. That name, Vogt. I keep hearing about this school. It was the headmaster's name. No, wait. The headmistress's. Benfried. And I... I remember being sort of... Alone there. I remember the kids playing, but... Always without me. But there was one person. A girl. She... She was my best friend. We were so close, I remember. But her name... I don't... She was the headmistress's daughter, but... But I... I don't... We'll show her the image. That's it. That's all I remember. You've done really well, Hans. You should be proud. You've remembered so much. I have. I really have. And it's all thanks to you, Anna. Anna? You're very welcome. I'm happy I could help. A few guys, who I've met, were so close to you. So. It was really nice to see you. But I should get going now. Of course. And nice to see you too, Anna. You know where to find me, if you need me again. Wow, wie sie es ja noch gewinkt hat. Und... Ähm... Hier. Hans. Hans. Da ist er begraben also. Okay. Okay. Oh, wie süß der Wind. Wie cool. Okay. See. No way. Warte. Oh, schade. Der Mond da hinten. Äh... Schwören. Keine Ahnung, was für Wesen rum. Aber auf jeden Fall beenden wir jetzt hier den Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann im nächsten Part. Euer Puzzle. Bis dann und ciao.